Zu einer Freiheit und Berufsberatung ging an die Meistern ein Einladen. Kein Ende und nahm, ob jeder kann, ruf ich nun auf als letzten Kursner, der ich mich nenn und bin Fritz Kursner. Fanget an! Fanget an! In einer Dornenhebgen von Leid und Glaub verzehrt, muss er sich da verstecken, der Wintergrimbe wird. Seid ihr nun fertig? Wie fraget ihr? Mit der Tafel fertig fertig sind wir! In einer Dornenhebgen von Leid und Glauben, die Glauben sind die Glauben und Glauben und Glauben. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.